Was ist Frankfurt Diaries? Willkommen zu diesem großen Raum von nichts. Ist es schön? Schmerz, keine Lichter. Was ist Frankfurt Diaries? Das ist eine Erinnerung von Menschen, die beteiligt waren an Tanzgeschichte, an einer lebenden Legende, die da heißt William Forsythe, der eine Art kreiert hat oder eine Methode kreiert hat, Tanz zu schaffen und mit seinem Tanzschaffen etwas geschaffen hat, was einzigartig ist. Und meine Idee dahinter war, dass man diese Art und Weise mit einer neuen Form, nämlich mit meinen 20 Tänzern, wieder neu kreiert und neu bearbeitet. Also an dem Abend sind beteiligt und ich freue mich sehr, dass sie gekommen sind, Ladies First, Alison Brown, Georg Reischel, Christopher Roman, Michael Schumacher und Tony Rizzi, der auch den ganzen Abend sozusagen dramaturgisch gestaltet und begleitet, und natürlich William Forsythe, der den krönenden Abschluss des Abends bilden wird. Das ist etwas gart. Das ist eine gartige Sache, die sich mit einer gartigen Zange verkauft. Das ist ein gartiges Gartig, der Schuss zu verletzen. Das ist ein gartiges Schatz, das ist ein gartiges Garten. Das ist ein gartiges, das ist ein gartiges Schatz. Und das ist ein gartiges Schatz. Das ist eine gartige Komponenz, die wir sagen, also geht über den kreiert von Frankfurt Ballet und arbeiten da. Für 20 Jahre, die Firma zu leben. Es war eine sehr unikere Art, wie eine Ballet-Kompanie funktioniert hat. Die Art, wie die Ballet-Kompanien funktioniert hat, über die Jahre, hat es nicht wirklich entwickelt oder verändert. Das war das größte Achievement von William Forsythe, zu bringen eine modernen Beziehung zu kreieren, und man sieht das in der Richtigkeit der Arbeit, in der Powerfulness des performances. What are you waiting for? What are you waiting for? What are you waiting for? And so that's what we're trying to show in this performance, that it became a collaborative idea of having a ballet company, and that each individual of the company put their own ideas into the work. So it was really a mishmash of all these ideas smushing together in a whirlwind. I think that's what Frankfurt Ballet was about, and we're trying to pass that on to the dancers, and to the public, yeah. Someone told me about this crazy new choreographer in Frankfurt, so I went and auditioned, and it was the only job I had. Everyone else said no. It felt really like fate was pushing me there. So it was pure accident. I didn't know Billy Forsythe's work at all. I was a complete ballet boy, so stiff and classical, and suddenly we were rolling on the floor, and there was speaking on stage while we were doing ballet steps. It was just my first year in the company. and I just thought it was the strangest, weirdest thing. I didn't even consider it dance. Yeah, I found my old diaries, actually, from my first years in the company. So we use a little bit of that in the performance. You know, Billy never did the same thing. It was always like, what's it about? It's new, it's fresh, it's related to the times. But the process is very deep and interesting, and it's like research for us as dancers. Jede Prozess war was anderes, neu, interessant, und, ja, inspiriert. Da wir eben die Connection haben und da Leute schon mit der Company gearbeitet, hatte ich das Gefühl, dass das sehr, sehr spannend sein könnte, wenn wir die Fragen, die sozusagen das Stück umrahmen, und etwas Neues entwickeln. Ich wollte unbedingt eine Uraufführung in dem Zusammenhang haben. So, finally, you got to see something. And finally, you got to see me wearing nothing. It works, because the five of us collaborated with each other for years with the Frankfurt Ballet. We were constantly mixing ideas with each other, where Billy would be the editor from out front. Billy Forsyth would edit and combine what we made. So, basically, it's the same kind of thing, except I'm being the editor. Ich glaube, es sind fünf verschiedene Perspektiven von unserer Erfahrung mit der Forsyth, mit der Company, mit der Forsyth Company, mit Ballet Frankfurt und mit unserer Zeit in Frankfurt. I wanted to create a work about the spirit of the Frankfurt Ballet. I want to make a difference. 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 So, the piece has to do with fatigue, stress and success. I think the public can really get a sense of those three elements in the piece. And then you can figure out what you want from it. So, in a way, that's why I like this performance, because it gives sort of an openness like, oh, wow, there is actually another possibility. Ganz nah mit diesen Menschen arbeiten zu dürfen ist ein unglaublicher Fluss an Informationen, der an die nächste Tänzer-Generation weiter gearbeitet wird. Das ist wertvoll, nicht nur für den Abend, sondern das ist wertvoll für alle weiteren Arbeiten, die wir hier in der Company machen. Das ist wertvoll, nicht nur für alle. Das ist wertvoll. Das ist wertvoll. Das ist wertvoll, dass wir die besten Sprecher sein. Die Persön ... Lassenkirche. Wir sehen uns, auf einmal! Die Persön-Kirche,